Guten Tag, hier ist wieder Nessie. Ich mache jetzt weiter auf Minicraft. Ja! So! 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 Ach, echt! So! Ich denke, das muss man noch ändern hier! So! 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 Also, ich muss die Lichter ausmachen hier mal! Gut, da mag ich mal die ganzen Eimer zusammen! So, ok, oh da ist wieder am Treppe, ich mach das mal alles aus, da ist es nicht so klein und da ist es nicht so klein, So darfst du mit mir hier sein, oh Gott, oh fucker Hoffentlich wuchsen die Scheiße Na, na, hey, hallo. I can feel a lot of fucking anger about it. Oh mein Gott, alles, die jetzt weg ist, was kann ich da ausmachen? Na, nähst du mal aus? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Oh Gott, das ist der Dunkel jetzt hier an. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 so Mal gucken. Waaatsch. Mann. Das ist blöd, jetzt gibt die Leute nicht gepackt. Okay, bye now. Ich muss fliegen, sonst schaffe ich das nicht. Okay, ich muss ein G-Modus rein. Ich muss ein G-Modus rein. So. Aua. Aua. Was war das denn da oben? Ja, Tiere oder Hilfe? Ja. Na toll. Ja. Die geht jetzt nicht weiter. Wir müssen auch noch mehr. Hier. Andere ist noch Wasser. Was war das denn? Hallo. Hallo. Hilfe, ich verbrenne. Hilfe, ich verbrenne. Gott. Ich will doch runter. Nur runter. Wir fliegen ja die... Die... Leute runter. Hilfe. 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 Hoppala. Scheiße. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gebürt hier. Habe ich dann eine Fensterschäbe? Bestimmt nicht, oder? Ne. Gut. Okay, eigentlich macht man das ja nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eine Jans. Glas. Ich habe eigentlich Glas zuhause. Wer war das denn? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jut. Oh, jetzt gehen wir zum G-Modus. Wir wollen mal, dem Modus wieder rein. So. Aber sonst hätte ich die Fackeln da oben nicht ausgekriegt. Boah, so dunkel da oben. Ja, 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 ja. Die Dreck jetzt vergessen. Wie immer. Muss ja dicht dran gehen, sonst passiert hier was. Jetzt. Auch. Kann ja gleich wieder alles, warte. Mit mal 6 Eimer. Mama. Mama. Nein. Oh scheiße. Mama. 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 Haben. Och. Aaaaaah! Aaaaaah! Hallo? Oyeee! Aaaaaah! 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 Hey Leute, das sieht nicht schlecht aus jetzt hier! Meine Monsterfalle ist fast fertig! Ist fertig! Aaaaaah! Aaaaaah! So, wir gehen mal kurz mal runter, damit da unten passiert was! Warte, ich bin gekriegt! Aaaaaah! 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 Es kommt hier nichts weiter. Gut, Leute, dann mach ich mal Schluss. Jetzt gehen wir kurz nach oben. Dann muss ich mal nachgucken, was da los ist. Oh. Das ist ja dunkel draußen, sehe ich jetzt gerade. Ups. Oh je, aber ganz schnell. Ja, muss ich sagen, hätte ich da unten lang laufen können. Moment. Ich gucke... Aua. Mein Gott. Der ist ja abgeschlachtet. Der Beklapper. Ist ja jetzt schlimm hier. Oh. 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 dearer Ab ediyor. Sooooh Hell. Oh. 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 Einem. Gut. Nice. Schnellen Fotos machen. Mal kurz warten. Hihi. Na was? Ach da bist du. Schmeck auch mal kalt. So. Und ich muss mal gucken was meine Falle funktioniert natürlich. Ok. So weit ist meine Falle fertig. Und Und ja. Ich bin viel überzogen. Ja und ich überziehe noch weiter. Jetzt. Nein. So. Ok. Ja entschuldigung. Das ist fast eine Stunde jetzt geworden. Nur das fertig zu kriegen. Ich wollte hier jetzt alles fertig zu kriegen. Weil es fast fertig ist. Und jetzt merkt noch. Mal gucken was da los ist. Gut. Ich sag erstmal ciao. Bis zum nächsten Mal. Tut mir leid wenn ich jetzt zu überzogen habe. Aber. Ich wollte fertig haben jetzt. Fast fertig. Aber jetzt muss ich mal gucken warum ich das hier nicht weiter fertig klinge. Ich mach jetzt mal geschlossen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.